So sieht es aus, wenn die Praktikanten eine Nachricht hinterlassen. Ich bin der Aaron und die Leute lieben mich. So, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Ski Remscheid. Mein Name ist immer noch Aaron. Ich begrüße euch, danke für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen lieben Dank. Es ist was Geniales passiert. Genial, in dem Sinne genial. Also was passiert ist, ist nicht schön, aber was danach passiert ist, ist genial. Und ich könnte mich wirklich hier als Harun... Holmes. Sherlock Harun Holmes. Was, Bruder? Ich erzähle euch einfach die Story. So, wir haben den 9.6.2022. Ich, total gemütlich. Ich war am Video reinziehen, ich trinke so Cola Zero, so sprudelnd, ja. Es war eine sehr angenehme Situation. Der Jumbo lag quasi rechts vor meinen Füßen. Das war ca. 11 Uhr. Abends, nachts fängt mein Hund einfach an zu bellen. Riecht am Ausrasen. Ich dachte mir, ey, warum bellt dieser Hund? Ich gehe zu mir, zu Hause, Vorhof, ich gucke, alles cool, alles Leisure. Dann ist er wieder ruhig geworden. Aber ich habe mittlerweile so ein Instinkt. Ich gehe direkt automatisch so eine Überwachungskamera bei uns hier in der Firma. Ich sehe, eine Abgasanlage fliegt. Hä? Ohne Witz, wie so ein Teppich. So ein fliegender Teppich. Aber das war ein fliegender Auspuff. Auspuffanlage, riesen Ding. Ich gucke so drauf, ich so, ey, das kann doch gar nicht sein. Warum fliegt die Abgasanlage da? Äh, Tornado oder was, ne? Und dann sehe ich, das sind zwei Leute. Zwei Diebe. Und die sind da irgendwie am Plündern, suchen sich Abgasanlagen. Die Abgasanlagen stehen draußen. War ein bisschen doof. War auch so eine Einladung für viele Diebe, ne? Aber wir konnten es ja nicht anders machen, weil wir hier gerade am umdisponieren sind. Die Abgasanlagen haben wir zwischengelagert draußen. Da war mir ganz klar, okay, die wollen klauen. Und da bin ich sehr allergisch drauf, wenn man etwas klaut, was einem anderen gehört. Egal, ob das ein Schrott ist oder sonstiges, das ist auf unser Grundstück. Da hat keiner zu betreten, vor allem über den Zaun klettern, geht gar nicht, ne? Und in dem Moment rufen mich die Wach- und Schießgesellschaft an. Und das Erste, was ich gesagt habe, ruft sofort die Polizei an. Ich, ungelogen mit Pyjama. Aber das musst du dir vorstellen. Ich habe Schlüsse gepackt und ich bin einfach rausgegangen mit Handy. Ich komme hierher, ich zeige es euch mal. Und dann habe ich bei uns hier in der Ecke eben gewartet, habe Lichter ausgemacht und ich konnte die echt gut beobachten. Ja, und es hat wirklich, diese eine Minute, was ich da gewartet habe, kam mir gefühlt wie zehn Minuten, weil die Polizei war verständlich und ich habe wirklich nur auf die gewartet. Und bei mir ging die Pumpe komplett. Also, ihr werdet jetzt sehen, der Mann ist jetzt hier links, überreicht dem anderen irgendwie so ein Dornpipe oder einen Cut, habe dann Lichthofer gemacht. Dann ist er aufmerksam geworden und habe versucht, eine Minute, den nochmal aufzuhalten. Habe dann gesagt, was die hier machen oder habe die gefragt, was die hier machen. Der sucht nichts. Die Abgasanlagen standen aber draußen. Ich so, ja, was machst du mit den Abgasanlagen? Er sagte, ich dachte, das ist Schrott. Ich so, ey, das ist kein Schrott, das ist eine Abgasanlage. Und ich so, soll ich die Polizei anrufen? Dann hat er gesagt, bitte, bitte, bitte. Genau so, wirklich. Ich übertreibe es nicht. Er sagt, bitte, bitte, bitte. In dem Moment kommt die Polizei. Und der andere Kollege von ihm bekommt Panik und geht jetzt. In dem Moment kommt die Polizei und er sieht, ich mache Lichthupe wieder. Der eine klettert wie ein, ey. Wie ein Passwort. Wie heißt er? Assassin's Creed. Assassin's Creed. Aber in fett und klein. Ey, der Typ ist da hochgelaufen. Ich zeige euch mal die Stelle gleich. Und jetzt kommt schon die Polizei und der wollte so schlau sein. Und in dem Moment haben wir den gepackt, ne? Ich wieder, ich, ich, guck mal hier. Die Kamera. Der ist über die Kamera geklettert, ne? Ja, ja, der ist über die Kamera geklettert, ne? Okay. Der eine wurde gepackt, der andere war auf dem Dach. Wir wussten halt nicht, wo der ist, weil die kannst halt über Dächer laufen. Hier oben. Aber es war so schnell alles umzingelt, dass null Chance zu flüchten. Insgesamt bestimmt eine 10, 12. Also es waren sehr viele Beamte. Was krass war, ich hatte hier einen Leiter. Also ich persönlich wäre hochgekommen. Die Polizei wollte nicht. Die haben dann Feuerwehr verständigt. Ja. Feuerwehrleiter, alles Mögliche, ne? Das war ein wirklich volles Programm. Der eine wurde gepackt. Der zweite ist auf der Flucht. Die Polizei hat aufgegeben nach nur so einer Stunde. Auf dem Weg nach Hause ist mir so ein Renault Megane aufgefallen, wo hinter Rücksitzbank eingeklappt war. Ja, ich denke mir so, ja, und Fremdkennzeichen, ne? Ja, ne, 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 ne. Mit dem Auto stimmt irgendwas nicht. Ja, ich fahre nach Hause. So eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später, denke ich mir so, ne, ich muss wieder raus. Ich ziehe meine Rose an, kein Pyjama mehr. Ich nehme das Auto von meiner Frau. Hm, klar. Genau. Ich war mir so sicher, dass der Typ noch hier ist, weil ganz ehrlich würde ich jetzt was klauen oder klauen wollen. Und ich werde erwischt, ich werde gesucht, ne? Dann gehe ich ja nicht sofort wieder raus. Ne? So eine Stunde später vielleicht. Ich fahre raus. Ich komme hier auf unser Gelände da vorbei. Ich sehe das Auto. Das Auto ist an. Ich war mir ziemlich sicher, dass der Typ das war. Dann bin ich neben dem vorbeigefahren und dann habe ich so eine Kette gesehen von dem. Und ich wusste ganz genau, weil ich die Kameras vorher ausgewertet habe, dass der Typ hier Kamera hatte. Und ich habe ja vorher mit dem geredet. Und ich bin gedreht. Ich habe den Typen erst mal gar nicht bekommen. Wo ich den wiederbekommen habe, ist er über rote Ampel gefahren. Alles Mögliche. Und dann habe ich die Polizei verständigt. Die Polizei wollte erst mal jetzt nicht unbedingt was machen, weil sie sich nicht sicher waren, ob das der ist. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe den gesehen. Ja, dann haben sie sich nach ewiger Diskussion, haben sie sich beschossen, wo ich dann auch wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich wäre in die Kalle reingefahren. Selbstjustiz. Ist egal gewesen in dem Moment. Bei dem Adrenalinstoß, was ich hatte. Und wenn ich weiß, dass der das ist, safe. Auf jeden Fall, die Polizei hat den wohl irgendwo dann geschnappt, ne? Ja, dann riefen die mich an. Dann haben die mich gefragt, ja, woher wussten sie denn, dass er das war? Ich fragte ihn so, ja, war das jetzt ein Treffer? Sagt er, ja, 100%. Also Leute, legt euch nicht mit mir an. Hört auf damit. Ich zeige euch die Stelle, wo das ist. Komm. Guck mal, was für ein Leben die haben. Guck mal hier. Du lauert wieder an. Du kannst dich vor der Kamera nicht verstecken. Ja, ich habe es wieder versucht. Lass. Hat aber nicht funktioniert. So. Mal weg. Was ist dein Leben, ihr ne? Also hier war unsere Abgasanlagen. Und hier drüber hat der Typ die Abgasanlagen rübergereicht, dem anderen. Und er ist hier hochgeklassert. Guck mal. Wie, Junge? Ist der Spiderman gewesen oder was? Du siehst ja auch, glaube ich, seine Fußspuren, oder? Ist das die Fußspuren? Ja. Ja, das ist die Fußspuren. Dann hat der lieber Harry den gepackt, ne? Harry Holmes. Jungs, arbeiten, ne? Ja, normal, normal. Seit zwei Stunden waren wir gleich. Ja, Ende vom Lied ist. Ich habe absolut ein Erfolgserlebnis danach, wie ihr sicherlich denken könnt. Innerhalb der Familie, jeder zweite. Oh, Respekt da rum. Also es war schon richtig, richtig cooles Gefühl. Ja, das glaube ich. Auf frischer Tat ertappt. Auf frischer Tat, wirklich. Ja, also auf frischer Tat habe ich die Leute erwischt. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie stolz ich war, sodass ich das Bedürfnis danach hatte, euch das jetzt hier zu erzählen. Ja, in diesem Sinne, würde ich sagen, beden wir das Video herzlichst. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr euch den Mist hier reingezogen habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure Unterstützung. Wenn ihr gerne kommentieren möchtet, tut es gerne. Wir lesen es sehr, sehr gerne. Wenn ihr ein Like setzen möchtet, könnt ihr es auch gerne machen. Falls ihr auch nicht abonniert habt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert. In diesem Sinne bedanke ich mich und verbleibe mit schönen Grüßen. Euer Haro. Bis zum nächsten Video. Ciao.